Mit dem TTK25E entscheiden Sie sich für einen leistungsfähigen und kosteneffizienten Luftentfeuchter. Der Minikubus ist besonders leise, handlich, leicht und platzsparend. Durch das schicke Design macht er in Bad oder Wohnzimmer eine gute Figur und ist sogar für beheizte Hobby- und Kellerräume geeignet. Die Hygrostat-gesteuerte Entfeuchtungsautomatik hat mehrere Zielvorwahleinstellungen und erreicht eine überzeugende Entfeuchtungsleistung von bis zu 12 Liter am Tag. Dieser besonders pflegeleichte Luftentfeuchter besticht mit einer elektronischen Abtauautomatik, einem Überlaufschutz durch Autoabschaltung und einer Füllstand-Warnleuchte bei vollem Wasserbehälter. Zusätzliche Features sind der auswaschbare Luftfilter, die praktischen Tragegriffe und der Anschluss für einen externen Kondensatablauf. Klein, stark und effizient. Der TTK 25E. Wenn's trocken sein soll.